Was sind Überstunden? Überstunden ist die Arbeit, die man über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit leistet, bis zum Erreichen der wöchentlichen höchsten Arbeitszeit von 45 oder 50 Stunden. Mien Überstunden angeordnet werden? Überstunden müssen angeordnet werden oder tatsächlich notwendig sein. Was gilt es bei Überstunden zu beachten? Was ist Ihr Rotschlag an die Arbeitgebe? Nach dem Gesetz werden Überstunden mit einem Zuschlag von 25 % ausgezahlt. Es ist aber im Obligationenrecht geregelt. Das heisst, man kann auch andere Vereinbarungen treffen. Zum Beispiel, dass man es mit Freizeit kompensiert. Das kennt man oft in der Praxis. Oder dass es 1 zu 1 ausgezahlt wird. Oder auch, dass es mit dem Lohn bereits abgeholten ist. Dann gibt es auch einen weiteren Begriff. Dieser nennt sich Überzeit. Was stört der Sachverhalt? Die Überzeit ist eben die Zeit, die über 45 bzw. 50 Stunden, also von der wöchentlichen höchsten Arbeitszeit ist. Bei der Überzeit wird die mit 25 % Zuschlag ausgezahlt. Dort kann man diesen Zuschlag nicht wegbedingen. Viele Leute arbeiten heute in einem Gleitzeitmodell. Gelden dort die gleichen Regeln, wenn es um Überstunden geht? Bei Überstunden, jawohl. Aber man muss hier sehen, dass man positives Gleitzeitzahlt, also mehr geschaffte Stunden sind nicht zwingend Überstunden, denn diese müssen ja angeordnet sein. Also das sind vielleicht auch einfach Plusstunden, die man im Rahmen seiner Zeitautonomie macht und dann aber auch im Rahmen seiner Zeitautonomie wieder abbauen muss.